Gerichte rund um mein Verstand und um mein Wesen sind für Urheber selber vielleicht interessante Thesen kommt dir vor wie chinesisch du laberst und verbreitest dummen Käse aber liegst dabei, ich meile weiter neben es ist eigentlich schon eklig wie schnell Urteile fallen und die sind prinzipiell auch in der Wurzel komplett falsch bergern frei wie im All, doch oft Beweiser für meinen Wert Racer und die Menschheit, meint ihr das echt, der ist, ich geb ja zu vielleicht bin ich mal nicht der gesprächlichste nicht gesellschaftfähigste, muss ich euch das predigen in manchen Phasen könnt ihr das Wort auch einfach ganz lassen auch wenn mich bis Germany höchstpersönlich anpackt aber trotzdem einfach nein zerreißt euch das Maul, doch genau da liegt der Grund warum im weiteren Verlauf dann gleich mein Rückzug erfolgt Sprüche ohne Sinn, so wie Personen, die so tun, als ob sie wissen, wer ich bin You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style Scheiß auf Urheberrecht, es ist denkmal MC und jetzt auf ins Gefecht mit dem Brazer denn die, eine Konstellation, die ihr nie mehr vergesst wie ne Detonation, die euch aufwachen lässt ja da sind sie ja schon, lebensgroß und in Farbe zwei Rapper mit Gabel, was fehlt ist die Gage so betreten wir gemeinsam die nächste Passage steigen immer weiter auf, Etage für Etage meine Reputation, deine Amputation niemand fickt mit dem G oder Eskalation und schon wieder bin ich drauf, bleib es für The Fight Gangster Sonnenbrille auf, Ellenbogen aus dem Fenster stell' ich diese Blicke so als während die Geschwänster stattdessen ich schicke etwa 20.000 Fenster denkmal MC, bald regiert hier das Chaos spürt ihr die dunkle Bedrohung von Nahost kollateral ist der Schaden im Gehörgang lebe in nem Käfig, Gefangene mit Mördern Ausbruchversuche, bestraft mit dem Tode fuck ich verfluche den Staat und die Mode am Ende bleibt nichts außer Armen und Reichen zeig kein Erbarmen und geh über Leichen doch wenn du am Ziel bist erkennst du die Zeichen wir wollten zu viel, als wirst jemals erreichen Lost in Space, wir machen einfach unser Ding und wir sind außer Konkurrenz eine Kraft, die überrascht aus dem Untergrund nach unbekannt, auch schlauer als du denkst eure Wertung ist egal, denn wir sind technisch wunderbar und neben uns gibt es genug Luschen und du wirst uns benoten, angemessen wäre A plus wie meine Blutgruppe wir haben die Top von dem Blut A plus wie meine Blutgruppe und du wirst uns benoten, angemessen wäre A plus wie meine Blutgruppe A plus wie eine Blutgruppe und du wirst uns nichtές